Hey, Life.Church, E-Members, Hosts und alle Freunde der Gnadenbotschaft. Paulus sagt im Römerbrief, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Diese Worte des Paulus beschreiben genauestens, was wir derzeit in der Grace Family Church empfinden. Wir haben ein Verlangen, euch zu sehen, euch kennenzulernen, mit euch in den neuen Bund einzutauchen, die Gnade zu feiern und Jesus gross zu machen. Hier sind unsere Good News. Die Life.Church geht auf Tournee und kommt nach Deutschland, genau genommen nach Stuttgart, Frankfurt, am Main und Hamburg. Und im November geht es in die Region von Thun in der Schweiz. Das Jahr 2023 ist ein Jahr des Aufsteigens, der Wiederbelebung und der Auferstehung. Dies gilt für dich und ich glaube auch für alle die Menschen, die wir einladen werden, die uns besuchen kommen und die Botschaft der Gnade vielleicht zum allerersten Mal hören werden. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir dich kennenlernen werden. So save the date. Gleich werdet ihr sehen, von welchen Daten wir sprechen. See you soon. Grace upon grace, ihr Lieben und bye bye. Bis zum nächsten Mal.